Der Schauplatz den wir schon kennen Ja, es war kein guter Plan, aber es war ein Plan Ich weiß nicht, worüber ich aufregt Blablabla, dieses Weichei Ja, naja, das ist Pandora für dich Wenn du nicht eine Bucke-Stampede bist, ein Jerk-Off ist benutzt dich für Rocket-Praktik All right, naja, ich werde dich einfach mit deinen Business-Things, dann Ich bin August Aber ich glaube, du kennst dich schon das Ist, äh, ist Vazquez gekommen? Es gibt zwei Leute hier, aber weder von ihnen ist Vazquez Er hat sich schon ein paar Lackys Er wollte nicht seine Handen verletzen Oh, verdammt Einer von ihnen hat ein Echo-I-Implant Wenn er den Schlüssel gescannt wird, wird er wissen, dass es ein Fake ist Moment, habe ich den Schlüssel nochmals gescannt? Felix, was tun wir tun? Hör auf, ein bisschen Ich glaube, ich wollte es tun, aber es ist dazu gekommen, oder? Ah, ich habe einen kleinen Ries-Things in der Kasse, hol es mir vor, als ich es umsetze Ah, was? Wundervoll, ähm, was ist das richtige Gerät? Das schaut gut aus, das schaut sehr gut aus Ist das es? Ja, das ist der eine Ernsthaft? Oh, ich bin gut Das wird einen hohen Level elektromagnetischen Puls Das sollte genug sein, um seine System zu schrauben Aber du brauchst ihn nahe zu den Schlüssel Sascha, auf meinem Signal Du musst den Schlüssel nach dem Fenster bringen Ich kann ihn sehen, wir haben keine lange Zeit Ich kann ihn sehen, wir haben keine lange Zeit Ich kann ihn sehen, wir haben lange Zeit Wie soll ich in die Seite kommen? Es sollte einen Airdock, der führt in die Wohnung Find ihn Das ist, wo du deine Position nimmst Hm, ich habe genug Oh, und da war ein Bild von Moxie Oh, das nehmen wir gleich mit Und dahinter liegt Geld Sehr schön, noch mehr zum Looten Was? Warum ist jetzt unser Achso, ich dachte schon, unser Account ist schon wieder runtergesetzt worden Und reißen wir mal das Plakat von Jack runter Hättlich ist dahinter auch Geld Nein, dahinter ist ein Zugang Und das Ding können wir jetzt da hinschieben, dass wir rauftettern können Ja, läuft hier wie geschmiert Noch ein Stückchen weiter Ich bin fast in der Wendung Gut, wenn du am Ende des Airdockts Lass mich wissen, die EMP-Range ist weich Also du und Sascha werden zusammenarbeiten, um das auszulassen Hast du das? Gut, das Ganze muss jetzt klappen, denn sonst würden wir dem widersprechen, das an sich in den vorherigen Szenen gespielt wurde Oh! 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 Oh... Oh, shh... Könnt ihr mich nicht einfach reinhauen und den rauszehren? Habt ihr noch etwas so schönes in deiner menschlichen Leben gesehen? Hier, sind Sie noch im Platz? Almost da. Also, woher gehen wir? Shhh, geh! Können wir denn nicht irgendwie still... äh, äh, ausschalten? Du bist richtig? Mit dem Haar? Ich weiß, den besten Ort, um zu peinen, ohne zu getrennt. Lass mich mit dir kommen. Es ist schon lange, seit ich keine Freunde hatte. In Oasis hatte ich... Ich hatte viel... Aber halt die Klappe! Bleib ruhig und mach dich selbst... Du... Du wirst das nicht vergangen. Schau! Oh, wunderbar, wir haben einen neuen Freund. Toll! Ich habe einfach... Ich habe einfach... Ich habe einfach... Die haben diese... dumme Attitude auf ihren... dummen, dummen Gesichtern... seit dem Moment, in denen sie nicht waren! Was sind Sie, Frau? Was sind Sie, Frau? Schau an diesen Mann! Schau an seinen Schiff! Okay, ich bin hier! Gut. Sascha ist nahe am Ende des Lebens. Schau an den EMP. Schau an den Kass. Er schiebt etwas, August! Ja, sie redet da gerade... Sich dem Mund und Fuß erliebt. Fiona, jetzt! Das bekommt der Typ niemals Sinn... Ich weiß nicht... 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 August, warte! Rhys! Das ist deine Department! Mach etwas! Okay, was machst du Rhys jetzt? Was? Komm schon, Mann! Please! Du hast einen guten Punkt! Lass uns! Schau an! 10 Millionen Dollar! Du hast einen guten Punkt! ... verkackt. Okay, wie aktivieren wir jetzt das EMP? Was ist passiert? Er hat die Klappe zerbrochen. Er hat die Klappe zerbrochen? Was hast du gemacht? Er hat das in seinen... ...mechanischen Ohren gehabt. Was zur Hölle? Es ist groß? Gut, wir haben jetzt ein bisschen die ganze Sache geändert. Aber... Was ist jetzt los? Hä? Was machen die denn da? Also, ich hab sie nicht eingeladen, ne? Zero? Oh, Zero! Oh, geil! Jetzt, Barsanova. Du weißt, was ich suche? Sag mir, wo es ist. Ich hab keine Ahnung, was du sprachst, Malt-Hunter! Geh das Geld! 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 Oh, das sieht aus wie ein Glücklein, Mann! Oh, das sieht aus wie ein Glück, Mann! Oh, das ist doch nicht gut. Was zur Hölle ist passiert? Wir müssen ihn verhindern, aber wir können ihn verhindern. Oh, was ist das? Ich bin immer noch über ihn. Auf meinem Weg! Oh, das ist ein Schiff. Komm, Entschuldigung! Entschuldigung! Entschuldigung. Hilf mir, das Ding runterzupfen! Sind Sie bereit? Ja, ja, ich bin gut. Lass uns gehen. Oh, oh, er schnitt auf. Nicht gut. Ha, oh ja, wie stylisch. Risk erschadzt oder die Kugel sparen? Ich würde sagen, wir sparen uns die Kugel. Und wir holen die Kugel. Okay, jetzt leicht, leicht. Ich bin gut. Danke, aber ich bin gut. Wir haben heute keine Überraschungen. Oh, komm! Soviel zum Thema. Keine weiteren Überraschungen, ne? Jetzt, 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 warte mal. Es ist nicht so, wie es sieht. Okay, es ist, aber ich bin wirklich sorry. Sorry, okay? Oh, gib uns einen guten Grund. Wir sollten dich schrauben und deinen Körper aus der Tür. Es gibt einen Grund. Hey! Wir sind nicht hier fertig! Fiona, geh weg aus meinem Weg! Ich mag es nicht, wenn Leute mich lieben, Sascha! Du solltest nie, nie, nie lieben, Sascha! Also, was machen wir mit ihm? Ja, Fiona. Was hast du mit ihnen gemacht? Ich meine, außerhalb der versuchen, uns aus dem Geld zu schrauben. Du solltest nicht da sein. Na, das hat dich nicht gehalten, hast du? At least das Geld war real. All right, all right, ich verstehe. Du hast uns nicht geglaubt. Es ist so, wir hatten einen guten Grund nicht. Ich gebe Sascha so viel. Von Beginn wusste, sie wusste nicht, dass sie sie nicht geglaubt haben. Ich dachte, dass sie sich verraten. Enough. Was passiert dann? Ja, ja. Ja, erzähl dem liebsten Mann, was du uns mit uns getan hast. Du weißt, in unserer Zeit der Neuheit, erzähl ihm, was du dann getan hast. Wir haben langsam diskutiert die Termine einer temporären Allianz. Oh, du bist ein Leid. Aber auf das Geschäft. Ich versuche, dass wir eine Allianz für die Rückkehr der Finanzierung. Hm, Kapital. Was ist das? Ist das, was du mitst? Weil ich erinnere mich ein bisschen anders. Oh, du musst sie erst schrauben! Schrauben die Kugel. Die Fall wird sie definitiv töten. Wade, du willst das nicht machen. Okay, jetzt haben wir wieder unseren, äh, Hoshi übernommen. Okay, okay, du hast mich überzeugt. Wir haben das Geld... 60, 40. Wrong answer. Woah, warte, wir, wir können das Geld finden. Was? Da ist ein Tracker in dem Fall. Reese kann ihn folgen. Lass ihn zurück in, Sascha. Lass ihn zurück in, Sascha. Come on, Reese. Das ist ernst. Wir haben hier nicht alle Tag. Sie müssen das nicht wissen. Du bist willkommen. Selbst wenn du diesen Kugel zurückkriegst, wirst du nicht aufbauen kannst. Es hat eine biometrielle Beine. Es ist unmöglich, ohne mich und meine Passcode zu öffnen. Lass die Kugel in meine Hand und ich kann es aufbauen. Hey, du sagst. Aber die Kugel ist die Kugel. Okay, Hyperion. Probe es. Find das Geld. Ja. Aber wir müssen jetzt wohl improvisieren. Ja, von. Ich weiß. Du willst noch mehr Hyperion nachdenken? Lass dich doch mal, Sascha. Mal sehen, was sie tun können. Danke. Und dann töten sie, wenn sie uns betrachten. Reed? Was ist da drin? Was ist da drin? Du solltest du das Geld machen und zurückkommen. Die Leute schauen dich jetzt. Oh, wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir haben nur ein kleinere Beine. Ein kleinere Beine. Ein kleinere Beine. Das ist nicht wie es aussieht von hier. Vazquez war bereits über das Auto. Das war bevor er von diesem August-Guy getroffen hat. Ihr zwei haben hier hier schwarzen. Und es wird nur schwer werden, wenn Vazquez kreiert. Unglaublich. Kannst du nichts tun? Nicht ohne alle drei von uns. Ich habe bereits die Sicherheit gefragt, was ich weiß. Ihr zwei werden die Beine zu holen, bevor du diese Beste ausführen kannst. Komm schon! Ich brauche nur Zugang zur Hyperion-Netzwerk. Es ist wie ich gesagt habe, Rhys. Du bist ausgelöst. Und meine Login-ID wird beobachtet. Schau, ich mache mein Bestes hier, um das extra Wasser zu halten. Aber... Du musst jemanden finden. Es gibt nur so viel, was ich tun kann. Ich sollte dir nicht so lange sprechen. Ich werde die Signale nicht beobachten. Okay, ich muss wenigstens aufpassen. Ich werde mich nicht beobachten. Ich werde. Bitte versuchen, nicht zu werden. Wie müssen wir uns aufpassen? Wir können nicht mit anderen Arbeitern sprechen. Wir können nicht mit anderen Arbeitern sprechen. Also? Du hast nichts. Da geht's! Halt, halt, halt! Kannst du, ich weiß nicht, installieren jemand anderen's credentials? Ich denke, wir sind nur zwei Hyperion-Netzwerke auf dem Planeten. Ich habe noch immer die ID-Dreibe. Verrückte Black-Ops-Projekte, wie das müssen wir höheren Sicherheitsverlust als wir. Du hast nur einen Hyperion-Netzwerke aufgenommen. Du hast nur einen Hyperion-Netzwerke aufgenommen. Du hast nur einen Hyperion-Netzwerke aufgenommen. Nein! Mit diesem kann ich mich direkt auf die Geld nehmen. Du kannst immer noch die Dessert überwinden. Oder du kannst mich aufhören und lernen, wie es ist. Das geht jetzt schief. Das bin ich mir sicher. Das schaut so falsch aus. Und das Gesicht gerade eben schaut nicht gut aus. Und der Sturz schaut weniger gut aus. Und der Sturz schaut weniger gut aus. Die Sturz schaut weniger gut aus. Keine Sturz. So Leute, das war's dann auch schon leider mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet bei der nächsten Episode auch wieder dabei sein. Ähm, ja, jetzt das allgemeine Abschiedsblabla. Bitte gebt mir Feedback, LHA doch immer. Würde mich freuen, wenn ich einen Namen hochbekomme, einen netten Kommentar. Oder ihr könnt ja gleich den Kanal abonnieren, um keine zukünftige Folge mehr zu verpassen. Außerdem habe ich eigentlich fast alle anderen Telltale Games in dieser Art auf meinem Kanal. Schaut euch die doch mal an. Die sind allesamt von der Qualität her auch sehr gut und vor allem sehr spannend. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch bis wir uns das nächste Mal hören. Alles Gute und macht's gut bis dahin.